Guten Morgen liebe Freunde da draußen. Es scheint die Sonne, es ist Sonntag. Ich habe mich extra in sonnigem Gelb gewandet, damit ich wenigstens ein bisschen erfreut und eine Farbe in diese ja doch recht traurige Zeit bringen kann. Mir schreiben Tag 2 der Ausgangsbeschränkungen und ja der Grund für das Video ist natürlich, dass ich eine Ankündigung zu machen habe. Ja, aber zunächst einmal bei dem alten Thema geblieben. Wir haben nur noch ein Thema momentan, das um uns herum ist und das uns im Video, im Fernsehen, auf dem Laptop, in der Zeitung, egal wie, es begleitet uns nur noch dieses eine Thema, nämlich der Corona-Virus. Und die ganze Sache nimmt leider auch immer schlimmere Ausmaße an. Wir müssen damit leben. Wir müssen sehen, wie wir damit zurechtkommen. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch sagen, dass ich und der Gnotzen morgen Abend unsere Sendung Dave und der Gnotzen ausstrahlen werden über CEF TV zu empfangen. Wir bitten euch auch alle anzurufen. Ruft rein, sprecht mit uns. Es wird natürlich überwiegend auch da um diesen Corona-Virus gehen. Wie geht es euch mit diesem Virus? Wie geht es euch mit der Ausgangsbeschränkung? Was treibt er so den ganzen Tag? Ich versuche mit Freunden zu telefonieren oder eben auf Facebook den einen oder anderen Eintrag zu schalten, damit die Leute die Möglichkeit haben, auf irgendwas ein bisschen zu reagieren und sich abzulenken von dem von dem schlimmen Thema, das eigentlich unsere Tage im Moment ganz einschneidend beherrscht. Also, ihr liebe Freunde, ruft morgen Abend an um 20 Uhr CEF TV unter Gnotzen. Ihr seht schon, ich habe im Gnotzen-Sei-Sonnerbrillen extra aufgeschätzt, eben weil draußen die Sonne scheint. Die kommt zwar noch nicht zu mir ins Fenster rein, aber ich habe auch mein gelbes Trikot endlich einmal Gelegenheit gehabt anzuziehen, um hoffentlich ein bisschen Farbe, ein bisschen Freude in euren Haushalt zu bringen und genau deswegen machen wir morgen Abend die Sendung. Natürlich wird es keine Spaß-Sendung werden, ganz logisch. Ja, es ist nicht zum Lachen, was da im Moment abgeht. Ja, wir alle sind betroffen davon, auf die eine oder andere Art und Weise. Familien mit Kindern, die es im Moment auch sehr schwer haben, weil die Kinder nicht mehr in die Schule gehen können. Also, unsere Bitte an euch ist, ruft rein in die Sendung. Die Telefonnummer wird sicher eingeblendet werden. Ich denke, ich habe sie noch im Kopf, ihr solltet euch aber vergewissern. Es ist die 20 35 77 97. Ja, also, ich hoffe, dass es stimmt, was ich euch da gesagt habe, aber ich bin sicher, dass die Technik das noch einblenden wird in diesen Eintrag an dieses Video von mir heftet. Und dann können wir uns morgen Abend sprechen. Seid so gut und ruft an. Wir können euch die Last auch nicht von den Schultern nehmen, aber wir können vielleicht eine Stunde lang oder anderthalb Stunden, je nachdem wie lange die Sendung dauern wird, ja, ein bisschen Unterhaltung bieten. Ja, einfach Unterhaltung und auch unsere Hilfe anbieten. Hilfe einfach insofern, dass man darüber reden kann, was belastet euch? Was ist am schlimmsten für euch? Wie geht er mit der ganzen Situation um? Ja, wie schaut es mit der Familie aus? Es ist im Moment ja ganz, ganz schwierig. Es kann keiner raus zum Katteln oder sich mit Freunden treffen oder, naja, ins Stadion und zum Club können wir sowieso nicht mehr. Das fällt mir persönlich am allerschwersten, dass ich nicht mehr zum Training kann und mit meinen Freunden da draußen ein bisschen debattieren. Ja, jetzt hätten wir mit Sicherheit genug zum debattieren, aber die Gefahr ist eben einfach zu groß, wenn man in Gruppen zueinander steht und dass da der Virus übertragen werden könnte. Ich selbst bin ja Hochrisikopatient, ja, also auch eine Sache, mit der ich lernen muss, umzugehen. Ich bin jeden Tag dabei, mich zu bemühen, ein bisschen Abstand halten zu den Leuten, aber wie gesagt, so viele Leute begegnen mir tagsüber im Moment nicht. Wo ich hier lebe, ich gehe mal raus in Sonnenschein und rauche Zigaretten draußen, da trifft man mal vielleicht jemanden, man hält Abstand, man wechselt ein paar Worte, guten Morgen und wie geht's darin und pass auf dich auf. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, machen wir morgen Abend zur Sendung. Dave und der Gnotzen, Montagabend, 20 Uhr bei CEF TV und wir hoffen, ihr ruft zahlreich an, auch wenn das natürlich auch ein bisschen Abenteuer ist, mit dem Anrufen dann auch im Studio durchzukommen. Aber gebt nicht auf, Leute, wir freuen uns für jeden Anruf, der durchkommt. Und wir freuen uns für jeden, mit dem wir dann über diese gegenwärtige Situation sprechen können. Schönen Sonntag zusammen und dann an einigermaßen langweilefreiem Montag bis zum Abend unserer Sendung. Ciao, ciao.